Servus. Als nächstes soll ich mich bedanken ganz herzlich, habe ich schon selber dazu gesagt. Bei der Plautzi Foundation? Nein, beim Bökinger Kultur vor allem. Oder beim Bökinger Kultur vor allem. Guten Appetit. War Mange Dukas spielt wieder gegen Leipzig oder nicht? Wer durch Stuttgart spielt gegen Leipzig bald? Aber nächstes Jahr erst. Die Bökinger Kickers? Nein, das war's nicht. VfB. VfB? Ja. Okay. Und noch was hier? Zehn mal, was geht noch? Heute stinkt. Einen Tag tot. Gestern Nacht war ich tot und lebendig gleichzeitig. Mein Herz ist rausgeflogen und heute habe ich gezielte Tage gesehen gehabt. Russisch mit Augustin. Ostajete Tamo. Hörst du auf Jugo? Bleiben Sie hier. Bleiben Sie dort. Und was heißt auf Russisch? Fast dasselbe. Sag nochmal. Ostawaitis des. Ostawaitis des. Und auch Tam. Tam. Dort. Hier. Hey Benji! Merry Christmas! Das ist nachträglich. Sag hallo bei meinem YouTube Channel. Hey Benji! Wie geht's? Alles gut, alles gut. Alles gut. Heute machen wir Deutsch, Russisch. We're learning German and Russian. Weil er kann ein bisschen Russisch. Ja auch. Ja. Du auch? Du kommst Russisch? Ja, ein bisschen. Malo, malo. Malo, malo. Malo, malo. Malo, malo. Ich hab keine Ahnung. Wir haben gesehen. Ja, was geht's? Malo, malo. Malo, malo. Ich liebe Afrika. Ich liebe Afrika. Ich liebe Afrika. Ich kann dir Afrika. Wenn du willst. Sie haben ein großes Herz. Ein großes Herz und ein gutes Herz. Ja. Und sie sind mehr ehrlich als die Europäische B****s. Ja, Mann. Als die Europäische B****s. B****. Kurwa. Schlampe. Was ist das bedeutet Kurwa? Kurwa ist wie... In Polnisch bedeutet es wie sch***. In Jugosien sagen Kurwa wie schlampe, wie b****. Ja, aber ich sehe viele Leute, die kommen und fragen mich, wo ist Kurwa? Kurwa. Kurwa. Kurwa Matsch ist bei Polnisch wie scheißdreck. Ja, okay. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich habe eine Website. Ja. Ich kann es dir geben. Das ist meine eigene Website. Ja. Wie ist dein Name auf Internet? Du hast Instagram. So viele Leute können dir schreiben. Instagram. Youtube. Nein, ich bin kein Instagram. Ich bin ein Mafiak. Also, ich bin nicht offen. Aber ich gebe es dir. Ich gebe es dir. Ich gebe es dir. Und dann... Ja. Du bist nicht mit der Gesellschaft. Ich bin nicht mit der Gesellschaft. Ich bin ein Geschäft. Ja. Ich bin ein Geschäft. Ja. Ich bin ein Geschäft. Schwäbisch. Gute Nacht. Gutes Nächte. Fick und fertig. Fick und fertig. Was heißt auf Schwäbisch? Guten Morgen. Herr Heinz, Fickerle. Hallo Frau Schafruss. Gebt ihr was zu pressen? Gebt ihr was zu pressen? Hab ich schon. Ja. Sie ist dick genug. Guck mal. Die ist dick geworden. Warum? Was ist los mit ihr Tequila? Die ist dick geworden. Dick geworden? Ja. Die musst du noch ein bisschen essen. Nein. Wir kochen zusammen. Mach mal Kuckuck. Okay? Ich will Bulgur nicht. Ich mag auch fernöstliches Essen und auch Essen aus dem Fernen Orient. Manche Menschen können halt nur geliebt werden. Aber wer weiß, wie die sich verändern dann. Wer war? Man verändert sich ja ständig fast. Skarabusch, skarabusch. What? I don't do no whole no. I cannot see anybody. I can't see anybody. I am visible and I am visible no nila. My illa tella. My illa tella. My illa fein visible. Kaling, kakaling, 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 kakaling. Mach mal ganz weit auf. Ah. Nein. Machst du das nicht. Komm. Weil der Augsien hat eine Veliko Usta. Nein, der steht nicht aufs Tauch. Ich bin in München seit gestern auch. Was heißt großer Mund auf Russisch? Auch Veliko Usta? Bei schön rot. Bei schön rot. Aber Usta ist auch Mund. Oder Usta? Nö. Aber Occi. Blaue Occi ist auch blaue Augen. Nein. Das ist richtige Augen. Das ist blaue Occi. Richtig? Ja. Blaue heißt. Und was ist blaue? Es gibt verschiedene. Sinje oder Galabue. Sinje? Ja, so wie Azurro und blau. Okay. So wie Sinyak. Weißt du, was ist ein Sinyak? Das ist ein blaues Zeichen. Das ist ein Sinyak. Was ist hier? Ich bin feichel. Okay, krass. Und was ist ein Kozak? Keine Ahnung, Bro. Was ist ein Kozak? Das ist ein Sack, der mit dabei ist. Ja, zum Beispiel auch ein Sack. Siehst du? Ja, sag Benji. Was lässt hier Weihnachten? Auch ein Sack. Siehst du, das kannst du als Sack machen? Ja. Also, tell me. Was ist letztes Jahr Weihnachten? Was ist passiert? Ja, wir sind alle Freunde hier. Wir schlafen hier. Ja, ich habe dich nicht gesehen. Ja, ja. Ich habe dich nicht gesehen. Ich habe dich nicht gesehen. Ja, weil ich normalerweise... Gib immer ein Stück von Cola. Sag mal, hast du das andere auch so schnell aufgefressen? Letztes Jahr, wir schlafen hier. Der deutsche Post. Vor meiner großen Hunger, Alter. Ja. Ja. Schaut bitte auf meinen YouTube-Channel rein. TV Plautz, lieber Burkhard. Ja. Warum kommst du nicht zum Herringgarten jeden Sonntag? Ja. Saturday für Essen? Ja, heiß Essen. Ja. Vor zwei Wochen, vor dem Saturday, haben sie auch die Essen gegeben. Essen, alles? Woher? Hier in den Nears. In den Nears. In den Nears. Sie sagten, sie essen. Ich sagte, wann kann ich nach Hause gehen und mich selbst machen. Kutsche. Kutsche, Kutsche. Dom, dom. Ja, Leute, was heißt Haus, was heißt Haus? Amstarten. Keine Ahnung. Spavat und dom. Spatsch und doma. 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 Spatsch und Bökinge. Und Familie und Familie. Und Familie. Moldavska! Hey! Ich hoffe, meinen Scheiß anzufressen. Moldawian Familie. Du musst den ersten Kaffeln kommen. Und ist Hunger und ist intelligent. Das ist Punkt Nr. 2, ganz gefährlich. Ich mag nicht Strangers, ich mag nur Kunden. Hey, Pakistan, wie geht's? Gut bei dir. Assalamu alaikum, auch gut, Bruder. Wie wüsst ihr, dass sie aus Pakistan kommen? Weil ihr Maske kam. Das war die Flagge von Pakistan. Was heißt Flagge? Zastava, bei Russisch. Flagge. Flagge? Keine Ahnung, Bruder. Was heißt das Wort? Als ich Flagge reingefahren bin, waren überall diese Schachbrettflaggen von Kroatien. Ah, die rot-weißen? Ich hab manchmal auf Russisch geträumt. Ich hab manchmal auf Russisch geträumt. Weil ich wollte damals in der 5. Klasse Russisch lernen. Oh Gott, oh Gott. Moment 12. Ich war doch in Thüringen schon in den Schulgang, ja. Damals war Russisch, die haben auch Russisch in DDR gelernt, ja. Das war ein Wahlpflichtfach, so. Und mit 12 Kindern hätten wir es gemacht, aber es waren nur 11 Leute, haben sich dafür interessiert. Und somit ist diese scheiß Klasse und haben sich sogar die Eltern beschwert. Wegen einer Person hat das nicht geklappt. Und wir konnten wählen zwischen Russisch, Naturwissenschaften und Politik irgendwas. Und ich wollte Russisch als Wahlpflichtfach, aber das hat nicht geklappt. Aber ich hatte Ehrgeiz gepackt und als in Kroatien war ich ein bisschen Jugo gelernt. Und das Kroatische ist auch sehr simulär zum Russischen. Es gibt da so ein paar... Hast du mein Smartphone, Bruder? Hast du mein Smartphone? Oder hast du nicht mein Smartphone? Das ist Powerbund. Ja, aber hast du mein Smartphone? Deiner? Ja, meine. Meine oder deine? Nein, meine, ich denke meine. Was machst du mit deinem Smartphone? Ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe nur seit drei Jahren zwei Smartphones. Immer. Hier. Und welche ist mein? Keine von ihnen. Zeig mal, welche sind die? Welche sind die? Finger weg! Nein, ich glaube es ist kein Smartphone. Das ist ganz, ganz teuer. Augustin Bilus, Retsche und живот. Aber warum? Ja, weil er war glücklich früher. Ach so. Und Sada Augustin will er aufpassen an Ulicza Muschki. Ja, Abdi Shakur, passt auf Abdi Wakur. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Nächstes Mal bei Lernt Russisch mit Augustin. Bleibt dran Ball. Bleibt dran. TV-Aplauze. Benji, sag noch jemand. Sag noch hier. Grüße jemandem. Grüße zu jemandem. Wir grüßen Silasvamangituka. Mach ein Tor rein. Happy Christmas, everybody. Happy Christmas. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. And be good. Be good. Be honest. In China, in Ljuba. Sehr großartig. Cool. Du gehst auf einen Knopf. Herr Russisch. Blöck.